so dann machen wir noch schnell eine aufgabe der suche innerhalb von 30 sekunden drei truhen also ganz ehrlich da fällt mir eigentlich nur ein einziger spot ein und das ist eine sparkasse an der statu das ganze machen arena solo ich hoffe dass da keiner landet ich weiß schon gar nicht mehr wie früher die stadt da hieß da waren nämlich auch immer waren da drei kisten wenn ihr euch einfällt wo drei kisten nebeneinander stehen schreibt es gerne mal in die kommentare weil mir fällt jetzt echt nur noch dieser eine spot ein ich hoffe da sind diese auch drei nicht nur zwei 30 sekunden drei kisten ist schon ein bisschen naja da ist schon ein bisschen eine hausnummer also zwei kisten sind ok 3 und wie gesagt wie immer über ein abo hört mich freuen über ein like und kommt da einfach haut irgendwas raus was ihr wollt sonst halt wenn ich euch weiterhelfen konnte weil das zeigt mir schon dass ich irgendwie doch auf dem richtigen weg bin sag ich jetzt mal so ich meine da wäre doch die statu und da war doch mal die stadt aber wie hieß die noch mal ich komme nicht auf den namen so ich bin jetzt nicht irre ist da die statu oder genau direkt raus ich hoffe das sind halt drei kisten ich meine ja brems hier werden auch viele sein wegen den instabilen dingern da die dritte ist glaube ich in der anderen seite sagt und aufgabe geschafft haben wir hier mal ein bisschen handale gemacht was für technisch totaler müll außer die wie gesagt das halt der einzigste spot der mir jetzt gerade so auf die stelle eingefallen ist wenn ihr irgendein anderen spot ist wo eigentlich zu 99 prozent sage ich jetzt mal drei kisten sind schreibt es wirklich gerne in die momentar auf würde ich mich jetzt mal selber interessieren wir haben auch irgendwie immer als glück und sind in der zähne immer egal welche aufgabe ich mache immer zu das ist so wie ich mein baum ist er weg mein baum ist weg er sollte runter ich glaube da kommt er gerade raus verkleidet als muss ich dazu noch mehr sagen wenn ich die paar im spiel klappt das nicht aber ich bin ja quasi genau vor seinem gesicht gelandet so ich hoffe ich konnte euch helfen mit der drei tun lösung wie gesagt wenn ihr was besser ist das schreibt gerne in die kommentare aber mir persönlich ist nichts eingefallen in dem sinne würde ich sagen haut rein